ja hallo und damit ganz herzlich willkommen zu einem weiteren info video ja zu meinem kanal fighting joe oder strategie mit fighting joe wie er ja ganz offiziell heißt ja es ist nicht mehr weithin wenn ich das hier aufnehmen wenn ich das hochlade noch viel weniger die emperor edition das große remake und außerdem die augustus kampagne stehen quasi schon mit anderthalb füßen in der türmatte und ja viele dinge die ich im letzten ankündigungsvideo das ja noch gar nicht so lange her ist ich finde diese videos immer so ein bisschen schwer aufzunehmen aber sie müssen ja sein ich möchte euch ja schon ein paar sachen sagen und sie gehen ja wenigstens schnell hochgeladen ja hauptanliegen eigentlich ist dass ich mich ein bisschen damit beschäftigt habe was die emperor edition eigentlich nicht eigentlich ist ich habe auch eigentlich alle live streams von the creative assembly dazu geschaut sehr interessant auch wirklich sehr gut gemacht ein paar stellen hätte ich vielleicht dinge anders gespielt aber eigentlich eine schöne sache dass sie da so viel tut die haben eigentlich die ganze letzte woche jeden tag um 16 uhr ein live stream gemacht und ich konnte auch die meisten davon sogar sehen wenn auch nicht immer ganz aber teilweise drei stunden live stream also durchaus sehr schön ja und ich muss eben sagen diese kampagne sieht sehr interessant aus und ist eben sehr umfangreich und ich fürchte da werde ich es nicht so machen können wie bei den anderen kampagnen dlcs dass ich die so ein bisschen stiefmütterlich übergehe ähm darum werde ich auch zur emperor edition äh ja videos machen zum einen werde ich das kündige ich schon mal ganz frech an ein together projekt starten mit dem guten master bean die meisten meiner runden und zuschauer kennen ihn hoffentlich wenn nicht dann klickt unten in die video beschreibung auf seinen kanal da werden wir wahrscheinlich zwei der größeren römer fraktionen spielen irgendwie lipidus und mark antonius oder lipidus und octavian ich glaube wir werden einmal octavian reinbringen darf dann sulla spielen ja und wir wollen uns einfach mal im größeren rahmen eins auf die fresse geben und schauen wir ja und das kündige ich auf jeden fall an da werden wir nur noch mal schauen müssen wie das mit dem hochladen und dem aufnahmen ist aufnehmen ist mit der zeit und so das heißt das wird wahrscheinlich nicht so häufig oder unregelmäßig hoch kommen das müssen wir noch mal planen das erfahrt ihr aber alles in den ersten folgen äh dieses projekts dann steht eben an ja die makedonen im singleplayer in der hauptkampagne in der grundkampagne das möchte ich mir nicht nehmen lassen ich habe schon in der beta jetzt eine testkampagne gespielt sehr interessant viele neue features die man noch mal die man noch mal eingehen kann eine durch paar dinge sehr veränderte startposition und auch diese bilderkampagne war eigentlich sehr interessant hat sich sehr unerwartet entwickelt eigentlich könnte man sagen also das haben sich auch dinge getan die man vielleicht nicht so erwartet hat und ich rede schon wieder vier minuten über irgendwas dafür möchte ich solche videos ja eigentlich mal kurz halten ja also da kommt auf jeden fall makedonien und ich werde eine singleplayer kampagne alleine auch noch zu emperor edition starten da weiß ich noch nicht ganz genau was ich da spiele interessant wird auf jeden fall zum beispiel diese pompeius fraktion weil die eine sehr schwierige startposition hat da würde ich mich ganz gerne rantrauen da weiß ich aber nicht ob ich das so aus dem kalt start wenn ich die kampagne noch nicht kenne sofort mache interessant ist auch partien interessant ist auch eine der römischen fraktionen je nachdem da würde ich mal sagen lasst euch überraschen das wird auch frühestens ein paar tage nach der emperor edition also am 18. am 16. kommt sie raus 18. 19. da werde ich mir ein bild gemacht haben und dann werde ich wahrscheinlich eine pilotfolge hochladen relativ lang so eine halbe dreiviertel stunde und ja wenn die nicht kommt dann könnt ihr euch denken dass ich diese kampagne nicht so toll finde aber dann werde ich das auch in dem against projekt mit master bean oder sulla sehr klar sagen so als nächstes möchte ich noch was ganz wichtiges sagen in eigener sache wer es bemerkt hat von meinen abonnenten die nicht mit mir dauernd auf dem teamspeak rumhocken ich hoffe ja immer noch dass das ein paar sind ich habe ein witziges video hochgeladen wo ich auf einmal englisch spreche zu einem turnier und zwar organisieren mein alter klaren kollege hagen und ich ein großes offenes rom 2 turnier und da wurde ich gerade einfach so auf steam angeschrieben kleiner moment das mache ich gleich naja also ein großes offenes turnier schaut euch das video an wenn es euch interessiert spielt mit ich gebe auch natürlich zu bedenken ich werde hoffentlich ein paar von den schlachten auch kommentieren da müssen wir mal schauen weil wir uns ein paar größere youtuber ins boot geholt haben prussian prince cornelius drag hannibal barker sind Leute die ich selbst sehr gerne schaue wenn die natürlich da die meisten spiele kommentieren wollen ich weiß nicht wie weit die da kapazitäten haben dann muss ich mich mit meinen 24 abonnenten noch ein bisschen zurückstellen ist ja klar aber wenn ihr jetzt natürlich sagt hey ich bin abonnent von dir und ich würde gerne dass du mal einen schlacht von mir kommentiert ja dann mache ich das auch also das ist auf jeden fall eine interessante sache an dem turnier dass wir sehr viel im englischen habe ich so schön coverage genannt also sehr viel drumherum haben werden wir reden auch wirklich mit ca das ist kein witz wir haben uns auch neulich auf dem teamspeak mit metty von ca also dem deutschen community manager getroffen um über den betapatch zu reden sehr interessant sehr freundlicher mensch und ja das wollte ich einfach nur noch mal anmerken und damit ist eigentlich alles gesagt was ich sagen wollte wie gesagt markedonian against emperor edition singleplayer wahrscheinlich werde ich es so machen dass irgendwie so am wochenende die against parts eintrudeln und entweder mache ich abwechselnd was ich nicht so schön fände in den wochen das mit den singleplayer kampagnen oder in den einen tag eins den einen tag das andere das problem ist mit dem abwechselnd in den tagen dass ich dann immer für beides aufnehmen muss und ich weiß nicht inwieweit ich das hinkriege wenn es so kann ich sagen okay dann spiele ich einfach mal drei vier stunden makedonien nehme da parts für eine ganze woche auf und dann ist gut und nicht dass ich sagen ich muss ich muss jetzt aber zwei stunden makedonien aufnehmen und zwei stunden als blödes beispiel octavian aber ich habe gerade überhaupt keine lust und kann keinen römer sehen aber das werde ich schauen das werdet ihr auch erfahren einfach in der praxis und ich werde in den videos noch mal dazu eingehen ansonsten wünsche ich euch natürlich viel spaß beim zuschauen würde mich sehr freuen ein paar von euch in dem turnier zu sehen und sonst kann ich eigentlich nur noch sagen bis zum nächsten mal euer fighting joe